Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde von Minecraft Mario Party. Der Kampf der Gigantin ist endlich wieder back am Stizzl nach einer gefühlten Ewigkeit. Und ich habe eine 3 gewürfelt und begrüße meinen allerbestesten Affenfreund Menjil. Alter, das war ein Brumpfsschrei. Das war krass. Wolltest du andere Affenbabys anlocken? Ja. Den Bruder war rum zum Beispiel. Das klingt gerade völlig falsch. Mensch, wolltest du andere Affenbabys anlocken? Ja, geil. Manchmal muss ich auch nachdenken, wenn ich irgendwas sage. Ja, geil, ja, geil. Ja, geil, Alter. Ich habe bis dahin eine Kiste gefunden. Das ist richtig gut. Oh Gott, bei mir sieht es gar nicht so schlecht. Mann, was mache ich denn da gerade? So, zack. Oh, hier? Ja, wäre schön, wenn ich nicht zurückbacke. Egal, ich gehe jetzt einfach in den Kampf. Hey, man kann die Items nicht... Oh, Alter, war ich am rumlegen. Okay, ich habe den eingenatzt. Jetzt habe ich ein Steinschwert. Schuhe. Okay. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe solche Scheiß-Items. Okay, das ist sehr gut. Wo ist mein... Nein! LOL, der ist tot! Hä? Wer schlägt mich denn hier? Was ist das denn? Jo, der hackt. Der hackt. Echt? Soll ich dir helfen? Ja, der hackt. So krass. Der hatte eine Brustplatte und ich... Mann, kann der mal aufhören? Der wird sowas von gebannt. Was für ein Moloch. Ja, der kann sieben Meter weit schlagen. Und das ist kein Lag. Geil. Okay, warte. Der hält dich halt... Wie heißt der? Äh, oh Gott. Jo, was? Hä? Also irgendwas ist hier gerade ganz... Ach, der Yoko? Ja, ja, der hat keine Items. Ich habe ihn, ich habe ihn. Okay, nice. Der hat tausendprozentig... Alter, habe ich viele Kills. Sechs Stück? Scheiße, oh Gott, die Border. Oh, wo bist du? Ich muss mit... Kinomode. Äh, Menjel. Bist du das? Oh ja, Kinomode, Alter. Menjel. Die Maschine. Oh, da, da, ja. Der hat ein Eisenschwert. Ja, ja. Töte ihn. Töte ihn, Menjel. Ja. Okay. Affenbrudi. Eisenschwert. Loool. Oh Gott. Da, da, da. Ja, ja, was? Ja, nee, ich darf nicht ghosten. Aber dir ist gerade jemand direkt vor der Nase vorbeigelaufen, Alter. Oh Gott, ich höre hier gerade auch was. Da gab es eine Explosion. Eine Explosion? In deiner Hose? Mann, ich wollte nur die... Oh! Jetzt, oh Gott! Oh. Ja! Alter, du bist... Oh Mann, und er verrägt an der Border. Ja, wo ist er denn? Ja, nee, töte ihn noch! Töte ihn noch! Nein, ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch. Doch, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, Menjel. Nein, nein, ich komme nicht mehr. Oh Mist, oh Mist. Was macht er denn da? Wie lange überlegt er? Achter Platz, Alter. Acht Kills. Ist das ein neuer Rekord? Ja. Was waren... Nee, nee, wir hatten acht und die anderen hatten zehn. Echt? Schade, ja, ist kein neuer Rekord. Töker. Hallo, Banduzi. Wir waren schon immer so krass. Okay, ich mache Augen zu und... Pau! Wow, Alter, ist das krass. Oh, eine sechs, Alter. Ich habe eine sechs gepaut. Ja, ich eine zwei und eine vier. Oh, Bowser fällt. Ja! Zwei Felder nach vorn. Du bist jetzt echt... Wo bist du? Äh... Hi! Hä? Hi, Affen-Mudi! Hi! Wieso bist du denn bei mir? Ich dachte, du hast... Alter vorne. Hi, na? Hi, 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 hi. Hätte ich eine zwei und eine vier? Hätte ich eine vier und eine vier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, ich habe das Gefühl, dass der Server ein bisschen laggt, oder? Nee, nee. Boah, guck mal, der eine ist zwei Sekunden. Ja, zwei Sekunden. Wie hat der das denn gemacht? Das wüsste ich auch gerne. Was? Hä? Da hat der Server gelegt. Was war das denn? Oh, war wieder lag. Das ist doch... Was ist das? Oh Gott, das ist gerade eine mega... Warte mal, ich gehe jetzt. Oh Gott! Du darfst dich ja gar nicht mehr bewegen. Ey, das ist ja richtig... eklig. Nein, ich habe mich bewegt. Komm, komm, komm. Bitte nicht mehr so lenken. Nein, du bist direkt vor mir. Oh. Komm, nein, nein, stopp. Pfui, aus. Ja. Drin, drin, drin. Du nicht, oder was? Ja, dritter. Ja, ich musste noch einmal stoppen, Alter. Ja, geil. Huh. Okay, zumindest mal jetzt auf und treffend. Was war das? Wie das echt hin und her geschaltet hat? Das war echt ein bisschen geiler Medico, Alter. Bist du bei mir, oder was machst du? Achso, oh ja. Ich bin direkt vor dir gestanden, Alter. Ich habe eine 4, Alter. Ja! Oh, eine 5. Ja, okay, ist in Ordnung. Ich habe eine 6 und eine 2. Damit, also mit dem drinnen Platz, da kann ich... Ich sehe dich sogar. Du bist ein Feld nur hinter mir. Affen-Budy. Ach, ich bin erster. Ach, Jump'n'Run! Ja, hoffen wir, dass es... Ah, okay, okay. Ist es dein... Ist es dein Jump'n'... Ja, okay. Aber es gibt doch auch noch... Ja, aber ist das andere... Heißt das nicht auch Jump'n'Run? Das, wo man sprintet und dann so längst läuft? Ja, ich denke schon. Ja, weil dann ist das ja das... Guck mal, rechts steht Minigame mit E am Ende. Hä? Ich kann nicht gucken. Du willst mich ablenken. Hör auf. Minigame steht da. Ja, ja, du bist auch ein Minigame, Alter. Origami bist du. Bin ich, hey. Wurde gefaltet. Du wurdest richtig gefaltet, Alter. Bitte, 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 bitte. Oh nein, nicht die Kacke, nicht die Kacke. Oh, ich habe es auch, ja. Ah, und dann direkt runtergefallen. Oh, ich auch. Hör auf, mir alles nachzumachen. Ah, schon wieder. Ne, ich hab's. Nein. Ja. Ja, ich komme da nicht rüber. Tschüss, allah. Nein. Ich warte am Ziel, okay? Vorm Ziel? Okay, jetzt habe ich es. Ja, ja, im Ziel innen drin. So, komm schon, Pidesel. Ja, aber ich glaube, der Rest hier war nicht mehr so schwer, oder? Ne, ne. Das ist echt. Aber das war doch das mit den Spinnenweben, glaube ich. Ja, aber die kosten ja auch nur Zeit. Ne, 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 ne. Wieso? Ist es nicht. Es ist einfach vorbei. Wie, was ist vorbei? Weißt du ganz genau. Was? Du bist jetzt schon im Ziel? Ja, das geht nicht mehr weit. Ach, es gibt keine Spinnenweben. Ja, eben. Alter, du hast gerade geleckt. Ja? Ja, zweiter. Und da sehe ich dich. Boah, wie lange die brauchen, Alter. Oh, Kopf an Kopf. Le Koppa. Oh, Le Koppa. 20, Alter. Gibt es ne Mordvorstellung, Alter. Man kann ja auch von hier springen. Oh. Wie schreibt da einer? Oh, ja. Alter, werden da gerade anrufen. Scheiße. Ne 3? Auch ne 3. Und ne 5. Oh, doch ne 3. Verdammt. Ja, aber besser als ne 1 und ne 1. Ja, okay. Das stimmt. Da hast du recht. So, warte mal. Oh, du bist 3 Felder vor mir. 3 Felder vor dir, ja. Dann ist Big Wheelie Wheelie. Och. Farbschlacht. Ja. Ich habe das Gefühl, Farbschlacht ist bei mir immer nur Lack. Also, ob irgendjemand, ob ich viele Items finde. Du darfst nicht den Boden beschießen. Das ist scheinbar das Döfste, was man machen kann. Was ist, wenn ich dich beschieße? Das geht. Das ist ja lau. Ey, hey. Bitte nicht. Irgendwie habe ich immer die Angst des Zementärens und dann genau meine Sachen. Ich traue mir das zu... Du weißt schon, dass wir dadurch beide verlieren, ne? Ja, aber du bist mein größter Konkurrent. Oder um es ein Item. Nein, er nimmt sich das Item. Lass mir in Ruhe. Ja, ich laufe dir nicht mehr hinterher. Ich habe aufgegeben. Nein, nein, bitte gib mir das Item. Ja, ich habe ein Item. Ja, Farbspur. Ja. Keine Ahnung, ob das gut ist. Ich habe es aus die... Das ist nicht wahr. Ich habe die Granate aus dem Map geworfen. Oh mein Gott, wie kann man denn so eine dumme Scheiße machen? Das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht erzählen, wenn du... Mann, das Blöde ist auch, dass die weiße Farbe halt so mega offensichtlich ist. Ja. Und dass jeder denkt, ja, scheiße auf die weiße Farbe, Alter. Der Moloch, der kassiert. Ja, aber ich habe auch... Ich habe die rote. Ja, rote ist auch eine gute Farbe. Ja, hier war ich doch... War ich hier nicht schon mal? Hier ist ja nichts mehr. Hier ist ja alles bunt. Ja, der macht alles, ja. Oh Gott. Oh, vierter, no! Zehnter. Ich bin einfach Zehnter. Oh, das ist echt schlecht. Danke. Ja, aber das ist halt einfach nur Lucky Luke, Alter. Ne Fünf. Ne Zwei. Wieso würfel ich heute so... Nee, pass auf. Der ist zum Beispiel einer, der hat gerade einen Bowserfeld. Komm, jetzt gib mir mal ein P-Dizzle-Game. Ein P-Dizzle-Game, komm schon! Was ist ein P-Dizzle-Game? Ja, weiß ich nicht. Ein P-Dizzle-Game, mir gefällt. Oh, ja. Ja, aber das ist kein P-Dizzle-Game. Das ist nicht... Das ist aber nicht die Tove-Map. Ja, aber da habe ich trotzdem nicht Hausrecht. Weil so freier Fall war früher mal ein Hausrecht-Game von mir. Das stimmt. Oder Ampelrennen war ganz früher auch. Da habe ich eigentlich Ampelrennen immer gewonnen. Ja, bis es sich verändert hat und besser wurde. Oh Gott, du bist vor mir. Ja, klar. Scheiße. Hier ist einfach nichts nice. Ich komme einfach durchflutschen. Nein. Nein. Du bist direkt vor mir, Manuel! Explode doch! Nein! Ja! Boah, Alter, das ging schnell vorbei. Ja. Darny! Darny! Quit living on dreams! Warte, ich kann gewinnen, wenn ich zwei nur eine Sechs würfe. Nein, bitte nicht. Cheats. Ja. Uso. Eine Vier, wow. Und noch eine Vier. Ja! Was denn? Eine Sechs und? Ja! Komm schon, Baby! Was hast du? Eine Sechs und eine Fünf. Oh, besser als ich. Und drei Felder sind es wieder nur noch. Drei Felder und... Oh nein! Oh, da hast du jetzt in letzter Zeit. Ja, das kommt darauf an, wie man spawnt. Naja, nee, nicht wie man performt, Alter. Nee, nee. Und wie Glück man mit den Enemies hat, Alter. Ja, wie viele einfach auch da sind, ist sehr wichtig. Oh, ich hab daneben. Alter! Als ob! Nein! Was? Ja. Nein, nein. Komm, 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 P-Dizzle. Ja. Ich hab echt schon einige weggerackt. Nein, 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 nein! Komm, komm, P-Dizzle. Oh! Oh! Jawohl, guter Treffer. Hä? Der wurde von meinen Augen getötet. Oh Gott. Das ist nicht wahr. Meine Maus ist auf einmal losgespeedet. Oh nein, nein. Nein! Und dann sind sie beide auf P-Dizzle draufknöbeln gegangen. Ja, 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 ja. Komm, komm, komm. Ich seh dich. Hinter dir bin ich. Zack. Ey, da leckt es. Ich war nicht sogar noch und er dreht sie nicht um. Weil ich dachte, das wäre... Nein, das ist kein Witz. Na, was? Ja, das hat bei mir... Der hat das nicht mal richtig angezeigt. Bei mir laggt es einfach auch. Ja. Ich hab drei Kills hintereinander bekommen. Oh mein Gott, das ist so meine Runde. Wo sind jetzt Gegner? Da. Ich hab leider auch keine mehr in meiner Nähe. Ja. Ja. Nein. Ich hab vier jetzt... Oh, du hast auch richtig... Nein, verdammt, jetzt wurde ich direkt wegge... Ich auch, ich auch. Ja. Genau, als du es gesagt hast. Nein. Nein, oh Gott. Ja, der hat den verschossen. Mist. Bleib doch stehen. Ja. Nein. Nein, sie rennen weg. Wieso spawnen? Ich bin tot. Ja. Kai, ich krieg keine Kills mehr. Wir haben beide gleich viele. Nein. Oh nein. Oh, beide. Das war's. Alter, Schede. Oh, ich hab einfach keine Kills mehr bekommen. Das war nice. Oh, alter, Falder. Beide 15. Das war nicht nur unser Rekord. Ich werd einfach meine Augen zumachen, weil wir können beide gewinnen. Ich mach einfach... Ich hab ne 1. Was hast du gewürfelt? Ich hab ne 1, alter. Okay, ich hab auf jeden Fall... Du hast so gewonnen. Wow, jawoll. Vier Felder über dem Ziel. Ne 1 und ne 5. Ja, zwei Felder über dem Ziel. Nein. Wie kann ich denn ne 1 würfeln? Jawoll. Sauber, meine Damen und Herren. Oh, holla die Wallfe, Emanuel. Das war doch nice. Meine Damen und Herren. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, dass das nice war, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Hier sind Videos verlinkt. Unter dem in der Videobeschreibung ist German Let's Play zu finden. Schaut bei dem vorbei. Und dann wünsche ich euch allen, wie immer, noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.